Hallo Ted, wie geht es dir? Ted, unser Telefon ist kaputt. Hast du Lust uns zu helfen, die Knöpfe zu finden und Zahlen zu lernen? Großartig, dann fangen wir an. Null. Eins. Zwei. 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 Fünf. Sechs. 7 8 9 Gut gemacht, Ted. Wir haben alle Zahlen eingesammelt. Jetzt können wir zurück zu unserem kaputten Telefon. Lass uns das Telefon reparieren und die Zahlen wiederholen, die wir heute gesammelt haben. 0 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ted. Wie geht es dir heute? Hast du Lust auf eine spannende Aufgabe? Die Teile eines Polizeiautos sind überall verteilt. Wir müssen sie wiederfinden. Hast du Lust, uns zu helfen? Großartig. Dann fangen wir an. Das ist großartig, Ted. Du hast die Räder gefunden. Du musst weitere Teile finden. Das ist echt gut. Gut gemacht, Ted. Du hast die Karosserie gefunden. Ein Lenkrad. Das ist großartig, Ted. Meinst du, wir brauchen noch etwas, um ein Auto zu bauen? Dann lass uns anfangen, das Polizeiauto zusammenzusetzen. Die Karosserie. Die Räder. Das Lenkrad. Alles klar, was geht es dir heute? Das, 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 was geht es dir heute? Das ist großartig. Das ist das, was du hier jetzt tun. Das ist etwas. Das ist großartig, Ted. Du hast ein Polizeiauto gebaut. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ted. Grillst du heute? Wie wunderbar. Sollen wir das Essen zusammen zählen? Was wirst du als erstes grillen, Ted? Ich liebe Würstchen. Lass sie uns auf den Grill legen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Würstchen. Vergiss nicht, sie umzudrehen. Eins, zwei, drei, vier. Ups, ist schon gut, Ted. So ein Unfall kann passieren. Außerdem kriegt so der Hund auch etwas ab. Zeit, ein paar Burger auf den Grill zu legen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Perfekt gegrillte Burger. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Perfekt gegrillte Burger. Das sieht richtig lecker aus, Ted. Weißt du noch, wie viel du gegrillt hast? Du hast eins, zwei, drei, vier, fünf Würstchen gegrillt. Aber am Ende waren es dann doch nur noch vier. Und du hast eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Burger gegrillt. Guten Appetit, Ted. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.